Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir gehen hier in die Bibliothek. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was nützliches gefunden? Ich hab ein Flugblatt. Sieben Schritte näher zu Gott. Wer weiß, wer weiß. Kauft euch mal Schuhe, ey. Eine Broschüre über die Station des Kreuzwegs. Mhm. Wir gehen mal straight ahead zur Bibliothek. Ohne Ausweis. Das wird nicht gut ausgehen. Ohne Ausweis. Ei, ei, ei. Oh. Hochfrequenziert. Wie in einem Mausoleum. Seh schon. Ich dachte, das wäre der Vibrator, aber okay. So, wir haben da auf jeden Fall eine blaue Wand. Die können wir einreißen. Das machen wir jetzt einfach. Da ist ein Bild hinter. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Richtig. Unter den Flügeln. Ah. Sollte mir jetzt bestimmt was sagen. Tut's aber nicht. Was ist das da? Da fehlt was. Wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Und alles, was interessant sein kann, das geht auch noch hoch. Holy Crap. Äh, gucken wir uns das natürlich an. Da ist ein Jesus. Der chillt. Da ist auch noch was. Tagebuch des Serrano. Da haben wir schon zwei, drei Sachen gefunden. Oh, da liegt noch ein geheimer Brief. De la Cruz geht weg. Oh nein, der da Cruz. Tu's nicht. So, Blasphemie. Wir machen Jesus kaputt. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Kann sein. Vielleicht hat er das die ganze Zeit getragen. Auf seinem Kreuzweg. Who knows? Okay, wir gehen mal hoch. Weil ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Da ist noch eine Wand. Da liegt noch was. Eine Feder. Cool. So. Gehen wir auch mit. Hier ist erstmal nichts mehr. Okay, das heißt, wir gehen da rüber. Da liegt schon noch was. Nehmen wir auch mit. Federn sind leider voll. Kann ich mir noch Pfeile machen? Nein. Der Apostel Johannes. Eine Darstellung des heiligen Apostels Johannes. Liegt hier was? Nee. Nee. Nee, doch nicht. So, wir können mal hier rüberjumpen. Weil hier liegt noch was. Dahinter ist noch was. Okay. Ey, wir machen einfach alles kaputt. Das ist auch ganz schön scheiße, ne? Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reihe und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Habe ich schon. De la Cruz kommt an, nachdem sie weggegangen ist. Das ist ziemlich deeper Shit hier. Hier ist bestimmt noch mehr, oder? Da hinten liegt was. Da ist noch was. Das nimmt alles mit. Geschimpfe. Ein bisschen Gold. Nice. Ich könnte eigentlich auch noch mal beim Händler irgendwann mal gucken. So, wo die Eklipse unter der Reihe ist, wissen wir das nämlich hier. Und jetzt können wir es kaputt machen. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz. Das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur sieben Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay. Mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Ich habe schon gefunden, ne? Ich war ja schon fleißig. Via Veritas. Da, Kreuz gefunden. Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Ey, zum Glück scheint die Sonne. Wäre es jetzt abends gewesen? Wäre doof. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Ich als Tipp würde sagen, nach unten. Ganz ehrlich, wenn die landen, Alter. Ja, kein Geräusch. Ja, du bist Jesus. Das ist eine Inschrift. Ambulate, doom, luce, pabetis. Geh, während du Licht hast. Okay. Dann machen wir mal Licht oder was? Auf den Spuren des Kreuzweges. Auf irgendwo hinter einem Kreuz. Ah, dezent. Also dezent die Kreuze. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit sich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. So. Einen Moment. So, und weiter geht's. Tja, was soll ich bei ihr machen? Ich weiß es nicht. Wenn der Spiegel staubig ist, da helfen eigentlich nur Pfeile. Aber hier, ich kann mit ihm reden. Ich helfe dir rauf. Okay. Alter, komm mal drei Striche und er geht. Kann man zu mir zum Putzen kommen? Das Licht zeigt da entlang. Ich darf dafür die Küche auch verlassen. Ach, ja, ja, ja. Was ist mit denen passiert? Nichts. Das Licht muss etwas aktiviert haben. Nein! Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Es ist eine Verrückung. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ich muss den Lichtstrahl auf das Fresko von Veronika richten. Hm? Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ganz zeremoniell. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Doof gelaufen. Hier ist eine Frau zu sehen. Ja, aber wo soll er denn das jetzt hin? Diese Leute wurden anscheinend gefoltert. An der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Hm. Hier hin? Okay. Okay, das war wohl falsch. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ich muss den Lichtstrahl auf das Fresko von Veronika richten. Okay, hier war eine Frau, ne? Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Nee, die Frau war hier, hat sie gesagt. Hier ist eine Frau zu sehen. Okay. So, it will be. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Wenn das auch falsch ist, dann ist es doof. Jawohl. Schöne Tor da hinten. Jesus stürzt das zweite Mal. Das sieht schon, ah, das sieht schon ziemlich geil aus. Auch mit dem Licht und so. Das ist schon ziemlich nice. Ist das dann 6? Ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss den linken Lichtstrahl auf die Kreuzigungsszene lenken. Kann man sich doch angucken. Oh, ja. Tatsache. Das ist der ganze Kreuzweg, ne? Nee, ach, keine Ahnung. Okay. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Ne? Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, ich muss den linken Lichtstrahl auf die Kreuzigungsszene lenken. Ja, ja, Moment. Ich muss erst mal dafür... Ich muss den linken Lichtstrahl auf die Kreuzigungsszene lenken. Wie kriege ich das denn hoch? Gar nicht. Ah, du... Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Schwupps. Ja, aber vielleicht auf die? Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Seltsam, dass hier nur sieben Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Die Eins, er nimmt das Kreuz auf. Die Zwei, er stürzt. Jemand hilft ihm auf, ihm wird das Gesicht abgewischt. Er stürzt nochmal. Okay, das heißt, ich muss das nachgehen. Okay, das sind sechs Stück. Die Reihenfolge wahrscheinlich dann, ne? Also nochmal alle angucken. Alles klar. Das? Dann das. So, dann fällt er. Aber das hier weg. Naja, aber da fällt er gar nicht hin. Und die wird ans Kreuz genagelt. Okay. Was soll ich denn machen, Alter? Also hier werde ich wahrscheinlich wieder sterben. Oder auch nicht. Dann schlagen die Römer die Nägel ein. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Was heißt das hier? Also gehe ich von aus. Machen wir das einfach mal. Schauen wir mal. Passt. Rätselmeister on the way. Gar kein Problem. Was ist hier bloß passiert? Lopes hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann wohnen. Keine Zeugen. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenden dürfen das Schicksal den Meinen entziehen. Das wär's dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er... Dreck sau. Er war total besessen von ihr. Er war zu Er... Er war total besessen von ihr. Er war total besessen von ihr. Wasser, immer nur Wasser, 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 Wasser. Ich möchte gerne ein bisschen schneller schwimmen, danke. Wo hat sie denn jetzt schon wieder die Schatolle hingepackt? Würde ich echt gerne mal wissen. Geh doch alles nicht mit rechten Dingen zu. Kannst du mir nicht erzählen. Ach ja, na gut. Wir müssen versuchen jetzt hier rauszukommen, wahrscheinlich ohne zu sterben. Wäre wahrscheinlich recht gut. Patsch, Junge. Und da sind wir durch. Aller guten Dinge sind zwei. Okay, wir brauchen, glaube ich, langsam Luft. Wäre jetzt gar nicht so verkehrt. Komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst das. Jawohl. Jawohl. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatolle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatolle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Hm. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Honoratus, die Sonne wiederherstellen. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feige, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Ein zu wenig, glaub ich. So, okay, los geht's. Ballern wir sie weg. Alle Einheiten, hier Commander Rook. Jonah Mayava, du Idiot. Bestraft, Freund. Bei Sichtkontakt. Feuer frei. Ich muss, glaub ich, niesen. Ja, Sir. Vielleicht auch noch nicht. Okay, wir sind versteckt. Alles klar. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein. Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Okay, es guckt gerade keiner her. Nicht gerade viel Funkverkehr. Hey. Ich seh mich mal um. Ich hab ein komisches Gefühl. Ah, krass. Okay, das war irgendwie nicht das, was ich erwartet hatte. Bereich sicher. Setze Patrouille fort. Okay, fünf Stück. Ach, fuck you. Am liebsten würde ich ja einfach alle abmetzeln und abballern, ey. Ohne Spaß. Jetzt bleibt er die ganze Zeit einfach wie so ein Penner stehen, oder was? Überall diese verdammte Asche. Ist ja mega anstrengend. Der Dude. Ich muss den aber als erstes töten. So. Zack, tot. Okay, die wissen zwar, dass er tot ist, aber nicht, wo ich bin. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Okay. Okay, das bringt anscheinend gar nichts gegen die, diese tollen Pfeile. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay. Die Luft brennt im Rachen. So, den muss ich jetzt auch schnell wegmachen. Pfeift der denn, warum ist der blöd? Schnell, 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 schnell. Zack. Okay, ich könnte beide töten. Was denn noch? Das wäre nicht so cool. So, jetzt kann ich ihn töten. Zack. So, jetzt haben wir die beiden noch. Die hier so rumpimpern. Kommt einer. Scheiße, wenn der andere auch noch hier wäre, wäre es natürlich übertrieben geil. Ich kann nicht glauben, dass wir am Ende sind. Ah, Kacke. Bleibt der da stehen? Ja, ne? Okay. Respekt für die Leute von hier. Ich könnte das nicht. Okay, warte. Der geht ja gleich wieder weg, dann gehen wir kurz rüber. Okay. 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 Wie diese Schatulle wohl aussieht. Wartet. Wir haben Besuch. Fang lieber an zu laufen. So, tschüss. Du wirst hier... Ne. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Verstehst du? Und deswegen werde ich an dieser Stelle auch die Folge beenden. In der nächsten geht es weiter, bestimmt mit weiteren Kämpfen. Bis dahin. Ciao. Und so.